servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die batterie asoka von albert feuerwerk beziehungsweise das ist agento schrägstrich funke eine kleine batterie muss man sagen rote leuchtspur aufstieg zu weißen blinksternen hat auch nicht viel gekostet preis findet ihr wie immer unten in der video beschreibung 56 gramm nem es handelt sich hierbei um eine 7 schuss batterie kaliber 20 millimeter mit 14 sekunden brenndauer es ist wirklich ein winziges teil aber merkt durch diesen spruch es ist ein winziges teil aber jetzt passt man auf was da wirklich rauskommt also achtet da mal jetzt dann gleich darauf was da doch aus dem dinge rauskommt für die größe und ja ich hätte gesagt wir legen direkt los mit dem test asoka von agento viel spaß agento asoka krass wie riesig diese bouquets einfach sind für die größe am batterie der absolute wahnsinn kann ich euch wirklich sehr empfehlen ich hoffe euch hat das video gefallen dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao macht's gut bis zum nächsten video bis zum nächsten sehen Bis zum nächsten Mal.